Hallo liebe 96-Fans, wie ihr sicher alle mitbekommen habt, wurde gestern eine wichtige Entscheidung getroffen. Thomas Doll ist neuer Cheftrainer unserer Profis. Gerade hat er sich noch in der Pressekonferenz den Medienvertretern vorgestellt und jetzt leitet er hinter mir die erste Einheit mit unseren Jungs. Und wir sind für euch natürlich mit dabei. Bei 3 Grad und Nieselregen geht es auf dem neu hergerichteten Trainingsplatz an der HDI-Arena gut und konzentriert zur Sache. Eine kurze Ansprache zum Beginn, dann lässt Thomas Doll zunächst Übungen zum Passspiel absolvieren. Anschließend gibt es noch ein 11 gegen 11. Besonders auffällig dabei, unser neuer Coach ist mittendrin, lobt, gibt viele Hinweise und korrigiert punktuell. Rund 200 Zuschauer verfolgen den Einstand von Doll und seinem Co-Trainer Ralf Zumdick interessiert. So, das war's für heute, liebe 96-Fans. Viel Arbeit liegt vor Thomas Doll und seinem Team auf dem Weg zur Mission Klassenerhalt. Der erste Step, das Heimspiel gegen RB Leipzig hier am Freitag in der HDI-Arena.